und damit begrüße ich euch zu einer neuen folge hier in start you ready und wie ihr seht habe ich ein bisschen anderes intro als sonst immer ich bin gespannt wie es euch gefällt das hat eine kleine überraschung für euch da seht ihr so auch ein zweiter tag in folge regens mal gucken vielleicht regnet sogar der dritte tag schauen wir uns erst mal ins bitterbericht an ja ja gut morgen wird wieder schönes wetter schön sonst was haben wir wahr sagen wo ich sehe ein klitzern kristallkugel eine scherbe des wissens aus der zukunft die geister sind heute leicht verstört das glück wird nicht auf deiner seite sein okay so leben vom land willkommen beim leben von land hier sind wir wieder mit einem weiteren tipp für euch spitzt die ohren das ist lachsbärenzeit im ganzen land sind bücher voller saftiger kleiner bären und du kannst sie einfach pflücken sie zu erden ist ein großartiger weg um ein wenig geld zu verdienen okay gut zu wissen und ich kann wahrscheinlich auch essen oder wo ein brief robin hier ich weiß du hast eine menge steine auf deinem hof herum liegen wenn du welche übrig hast könntest du mir könntest du dir überlegen ob ich dir nicht vielleicht einen brunnen bauen soll brunnen kannst du überall auf dem hof platzieren und sind sehr praktisch um deine gießkanne schnell wieder aufzuladen schau einfach in meinem laden vorbei 75 steine und 1000 gold vorbei wenn du bereit bist ich glaube nicht was haben wir noch hallo mein liebling ich weiß dass du gerade erst mit dem gärtnern angefangen hast deswegen wollte ich dir einen kleinen tipp geben die meisten pflanzen wachsen nur in alle jahres zeit wenn der sommer kommt werden all deine frühlingspflanzen vergehen also plane gut gut dass wir noch ein paar tage zeit haben um bis die erdbeeren hier fertig sind so jetzt was brauche ich ich brauche schwert auch das hier das nehmen wir sicher zu haben aber mit einfach nur für den fall dass wir irgendwas gutes finden dann haben wir was zum essen nehmen wir das zum essen mit das zum essen okay da haben wir mit was zum essen wir können auch noch das mitnehmen da drüben ist auch mal ein lachsbeere das sollte genug sein damit wir über die runden kommen ganz kurz noch die neuen schuhe ausprobieren so ok und weiter ja da nochmal lachsbeere mit geht tatsächlich brauche gar nicht so viel das heißt wir können ein paar sachen nachher in die kiste reinpacken wie wir ja clevererweise vorher mitgenommen haben weil oder gestern da platziert haben da können wir mal mehr richtig rein tun ok so und abwärts bitte so naja da haben wir schon und hier haben wir noch ein bisschen erz noch mehr erz das ist gar nicht schlecht da haben wir noch ein paar ah ja das ist ja schon alles gut ganz gut an ok ich glaube sonst ist hier nichts wertvolles mehr um den schleim noch und abwärts so und abwärts geht auch so ok schön da ist noch mal ein bisschen kupfer da geht es auch schon weiter und aber nehmen wir mal den gang ja so da kriegen wir nochmal Nein. Okay. Ein bisschen Holz. Oh. Okay. Dann müssen wir jetzt ein bisschen Steine klopfen. Wo ist es am vielversprechendsten? Okay, da haben wir irgendwas bekommen, was wir nicht benutzen können, da würde ich sagen, werfen wir ganz kurz mal die Fasern im Müllhammer und was ist das? Das ist ein Pfeil oder? Kauhölchen, Gunther kann ja, okay. Langsam aus sichern muss ich. Ach kacke, jetzt kommen die Figa noch. Okay, schön viel aufessen, auch leben. Gut, dass ich einige mitgenommen habe. Wir müssen auch noch eine Etage nach unten. So, dann amnestest. Das Harz kann ich wegwerfe ich mal weg. Davon kann ich den Geoid da mitnehmen. Ich bin nicht mehr so, dass ich das nicht verstehe. Das ist die ganze Zeit, ich bin nicht mehr so, dass ich das nicht verstehe. Ich bin nicht mehr so, dass ich das nicht verstehe. Okay Okay, so das ist die etage 15 gehen wir mal nach oben und packen mal alles rein So, wir holen uns im Meerrettich Ich würde jetzt auch noch ganz kurz den augenblick nutzen um zur abenteurer gilde zu gehen Mal hier oben sind Er ist zurück Das krieg ich da hier schönes Nix was ich mir leisten könnte Ziele für die monster ja hilf uns das tal sicher zu machen 33 von tausend schleifen 21 von 25 25 holen insekten und 3 von 30 putla Und ja Ich habe auch nichts geschafft Komm wieder wenn du mir was zu zeigen hast Okay Wurde ich halt wieder raus in den regen So aber wir sind ja schon an die etage tiefer Vielleicht schaffen wir sogar auf level 20 Okay Dann Dann Schrappern Ich habe Ja Keine Ich habe hier Oh, das sieht wertvoll aus. Okay. Mit einem Geot. Oh, die Musik hört immer lauter, ob das etwas bedrohliches darstellen soll. Oh, das sieht gut aus. Komm schon. Die auch noch. Da hinten haben wir auch noch ein bisschen Kupfer. Okay. Den haben wir erledigt, bevor er sich verpuppen konnte. Die Fasern wegwerfen. Nehmen wir den hier mit. Oh, das ist ja cool. Das wusste ich nicht mal, dass es geht. So, dann müssen wir das Fas wegpacken. Dann wollen wir nochmal die Möhre mitnehmen. So, und noch alle Etage. Und die schnell anlegen, bevor er sich verpuppen. Okay. Da haben wir auch schon Level 20 Abgang. Okay. 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 20 Abgang. 20 Abgang. 20 Abgang. 20 Abgang. Und wir kriegen ein besseres Schwert. und damit verabschieden wir uns hier aus dem dungeon oder aus der mine und schnell ab nach hause ja dann reicht die woche und später am nächsten tag dann jetzt ist nur wichtig dass wir schnell genug nach hause kommen hier durch so mittlerweile farme ich ja nicht nur hier im let's play sondern auch auf twitch in einem livestream und bekomme von euch da auch haufenweise tipps die dann auch hier irgendwann ins let's play einzug finden werden und vielleicht wollt ihr mir auch mal direkt zuschauen dann guckt doch einfach mal bei mir auf twitch vorbei link steht irgendwo unten in der infobox